Der Gunpowder-Plot war ein Versuch britischer Katholiken während der Parlamentseröffnung am 5. November 1605 den protestantischen König von England, Jacopi, seine Familie, die Regierung und alle Parlamentarier zu töten. Die Verschwörung wurde von Robert Cuttesby geplant und vom Sprengstoff-Experten Guy Fox ausgeführt. Die bekannten weiteren Verschwörer waren Thomas Ventur und dessen Bruder Robert Christopher Wright und dessen Bruder John Thomas Percy, John Grant Ambrose Rockwood, Robert Kies, Sir Enver A. Digby, Francis Tresham und Robert Cuttesby's Diener Thomas Bates. Motiv Das Motiv war Rache am König da dieser die katholische Bevölkerung unterdrückte. Seit Heinrich VIII. war der englische König das geistliche Oberhaupt der von Rom abdrünnigen anglikanischen Kirche. Nachfolgende Monarchen hatten allerdings große Schwierigkeiten ihre Autorität in Kirchenfragen durchzusetzen, zumal die römische Kirche mit Macht versuchte ihren Einfluss zurückzugewinnen. Unter Elisabeth I. wurden die religiösen Spannungen durch eine weitgehende Toleranz gemindert. Ihr direkter Nachfolger Jakob I. war jedoch aufgrund seiner Erziehung im presbyterianischen Schottland dem Protestantismus stärker zugeneigt. Katholisch orientierte Adelige und Beamte befürchteten nun ihren Einfluss endgültig zugunsten der aufstrebenden Puritaner zu verlieren, die bereits über einige Macht im protestantisch dominierten Parlament verfügten. Dem Gunpowder Plot gingen einige andere Versuche voraus den englischen König zu ermorden. Fox und seine Mitverschwörer versuchten am 5. November 1605 während der dann stattfindenden Parlamentseröffnung durch den König das in gemeinsamer Sitzung versammelte Ober- und Unterhaus im Palast von Westminster in London in die Luft zu sprengen. Zu diesem Anlass waren nicht nur alle Parlamentarier, sondern auch die gesamte Königsfamilie zugegen und wären mit einem Schlag ausgelöscht worden. Für die Sprengung wurden rund 2,5 Tonnen Schießpulver in den Kellern des Gebäudes deponiert. Der katholische Lord Mundigel erhielt vor dem geplanten Anschlag einen Brief der ihm empfahl, sich unter einem Vorwand von der Parlamentseröffnung fernzuhalten, da das Haus einen Schlag erhalten werde. Dieses Schreiben wurde an die Behörden weitergereicht. Fox und der eingelagerte Sprengstoff wurden vom Friedensrichter Thomas Knewitt am Morgen des 5. November bei einer Inspektion der Keller unter dem Parlament entdeckt. Vier von ihnen starben bei der Festnahme durch Sir Richard Walsh den High Sheriff von Worcestershire. Am 8. November 1605 Robert Cattesby, Thomas Percy, Christopher Wright und John Wright Robert Cattesby und Thomas Percy wurden dabei gleichzeitig von derselben Kugel aus der Muskete von John Street von Worcester erschossen. Am 30. Januar 1606 wurden Sir Enver A. Dickby, Robert Venture, John Grant und Thomas Bates vor dem westlichen Ende der St. Pauls Cathedral hingerichtet. Die Delinquenten endeten erhängt, ausgeweidet und gevierteilt. Sie wurden bis zur Bewusstlosigkeit gehängt. Danach wurden ihnen die Gedärme herausgerissen und die Körper gevierteilt. Am nächsten Tag starben im alten Palasthof von Westminster Thomas Venture, Ambrose Ruckwood, Robert Kies und auch Guy Fox. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern hätte die angesammelte Menge von Sprengstoff ausgereicht, alle Gebäude im Umkreis von einem Kilometer zu beschädigen und auf jeden Fall den gesamten Westminster Palast zu zerstören. Unklar ist bis heute die Rolle von Lloyd Montigel. Einige Historiker gehen davon aus, dass er der Verschwörung angehörte und seine Mitwisser verriet. Wirkung Die Aufdeckung des geplanten Attentats verhinderte eine Relemanzipation des katholischen Glaubens in England für weitere 200 Jahre, bis zur katholiken Emanzipation ab dem späten 18. Jahrhundert. Die Bedeutung dieser Ereignisse ist vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung Großbritanniens nicht zu unterschätzen. Bis heute ist in Großbritannien dieses gescheiterte Attentat nicht vergessen. Man feiert jedes Jahr am 5. November das Scheitern des Komplotts mit einem Straßenumzug in der Guy Fox Night, bei dem eine Guy Fox Puppe verbrannt wird und Feuerwerke entzündet werden. Sie wird auch Bonfire Night oder Fireworks Night genannt. Dazu gibt es auch ein populäres Gedicht. Da beim Abbrennen der Feuerwerke immer wieder Menschen verletzt wurden, wurde 2004 speziell zu diesem Zweck ein neues Gesetz geschaffen. Die Fireworks Regulations bis heute durchsuchen die Jemen of Agatikäller unter den Houses of Parliament vor der jährlichen Parlamentseröffnung durch den Regierenden, Monarchen, Bezüge in Kunst und Kultur. Am 1. November 2005 strahlte der britische Fernsehsender ITV eine Rekonstruktion des Attentats aus. Der Sender hatte umgerechnet 1,5 Millionen Euro ausgegeben, um auf dem Testgelände der Adventiker Spät-Adam eine genaue Rekonstruktion sowohl des damaligen Oberhauses als auch des Sprengstoffs in seinen 36 Fässern aufzubauen. Nach der Zündung des Sprengstoffs war der Nachbau vollkommen zerstört, ebenso wie die knapp 150 Puppen, die den königlichen Hofstaat darstellen sollten. John Lennons Lied Remember endet mit der Zeile The Fifth of November und einer Explosion. Die Comicreihe V wie Vendetta greift wie auch deren Verfilmung verschiedene Motive des Konflikts im Gunpowder-Plot auf. Auch die Liedzeile Remember Remember the Fifth of November wird hier rezitiert. In Yegaymans Addison Man schreiben Shakespeare und Ben Johnson das Gedicht gemeinsam. Von Günther Kunert gibt es die Ballade von der großen Pulververschwörung in dem Gedichtband Unter diesem Himmel aus dem Jahre 1955. Die Fernsehserie Heilender vermischt den Gunpowder-Plot mit einem anderen historischen Ereignis der Entführung des Steines von Skone. Für das Spiel Glow ergibt erst ein Szenario zum Nachspielen des Ereignisses. In der SCI-Fi-Komödie Attack the Block aus dem Jahr 2011 landen Außerirdische im Schutze einer Guy-Fox-Night in London und werden erst einmal, wegen der vielen Feuerwerks-Explosionen von den meisten gar nicht bei ihren Landungen bemerkt. In der ersten Folge der dritten Staffel der britischen Serie Sherlock versucht ein geheimes Terror-Netzwerk am 5. November ebenfalls das britische Parlament bei einem Bombenanschlag in die Luft zu sprengen. Siehe auch, zur Diskussion der möglichen Beteiligung von jesuitischer Seite siehe Henry Garnett.